Ja... Ja... ...über zu vorn trotz... Ach, das ist halt wieder Scheiße! Ja, weil dann beide die Einzigen bei A. In... In B rein vorn ist... Wir können uns A versuchen, wir beide! Ne, das Problem ist, dann müssten wir auch ein Sub alleine lassen. Mh... Müssten mit dem anderen DT mit... Das ist halt immer die Scheiße! Ja... Sub können wir ja von hier aus schon Rückendeckung geben, oder? Ihr trefft doch nicht! Ich treffe! Oh, sieht er denn auf Reichweite in letzter Zeit? Nur heute nicht! Und? Oh, genau das Kreuz getroffen! Hast du es gesehen? Ja... Was ich für ein Auge hatte! Danke fürs Nachladen, ne? Dank dir lade ich jetzt 0,25 Sekunden schnell danach! Hahaha... Ich bin nicht mehr gerotet! Ja, dann wird sie schon ruhig! 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 Dann wollen wir ihn versenken! Wieso zieht sich ein paar Tiefskarten gehört, oder? Bitte was? Ja, dann wollen wir ihn nicht versenken! Herrschers! Schachteli! Ohne Schenten ist da! Nein, ich bin sein... Cousin... Genten! Hallo! Ben, Sub! Hi! Hi! Seht! Ja... Mein Vorschlag gelesen! Ja, habe ich gelesen! Achso den, den ich Sub geschickt habe! Ja, das haben wir... Nein, das hast du noch nicht gelesen! Ich denke, ich habe noch gelesen da oben! Guck! Das ist bei... Kann da noch was Neues? Ja gut, er hält mich nicht auf dem Laufenden, das ist das Problem! Ja, ich habe das auch selber noch nicht gelesen! Ich sehe, dass ich hier ungelessene Nachrichten habe! Das gibt's! Hier kommt Tops! Weißt du, was das für dein Tod da ist? Ne, das sind nicht meine Tops! Ne, das sind nicht meine Tops! Ist das dein Hintergrund-Shader? Ja, Julian, es ist hier... Ja, Julian, es ist hier... Julian, ich kann nicht stumm schalten! Wir können ihn lieber stumm schalten, er ist immun gegen Stuminität! Lass die Mars! Ne, ich muss auf die Allschule! Ich nehme einen Snickers raus! Ach, komm ich mal ran! Julian, geh raus! Eigentlich kann ja Shader ihn stumm schalten, den der Tesafilm auf seinen Mund kleben! Fuck, ich bin geordert! Äh... Ge... 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 Geradert! Äh... Descordert! Alter, die holen sich... Oh, Neptun! Oh, ich habe hier 13er Frameraden, das geht gar nicht! Kommst du an den Neptun dran? Ich hab gerade eh nie gefressen, ich hab nicht mal die Kugeln gesehen! Uuuuuh... Zwei Citas auf die Neptun! Mehr konnte ich nicht machen, Zapp, tut mir leid! Uhuhuhu... Das war gute Teamarbeit, oder? Weißt du, was geil ist? Ich hab einen Treffer, zwei Citas und 19.000 Schaden! Aber wie geht das, bitte? Wie geht das, bitte? Wie geht das, bitte? das müssen wir einer erklären aber die das schiff des geistes machen oder das ist aber trotzdem mal klappt es mal klappt es nicht es ist mal ich habe gehört du willst auch noch nicht die tut doch nicht die steht aber scheiße da wie viel scheißradar ist denn hier ständig durchsacht durchweg doch es ist so nah kann ich nicht steht in der berg komme ich nicht hin ach du schreck die kann und lecker wir sind auch noch trupps an der andere insel hängen geblieben die gronne hätten hängen bleiben können kommt schon gibt er den gebrauchten zitter eine freundschaft zitter zum halben preis komplett daneben ich fahr zu b und gucke ob ich da was machen kann das problem ist dass wahrscheinlich jetzt gleich hier übelste trupps kommen haben halt einfach ein motorboost bereit aber auch keine unterstützung hier bei b null ich dachte mehr ich spiele nicht es geht gerade mal gar nicht überhaupt nicht so viele die mit dem Problem letzter Zeit es normal ist bei mir 60 bis 70 und das brichteteilweise auf 13 1 damit stand die dort und brauche ich auch nicht mehr anfangen mit Zerstörer aus der Schneidung BW ist er besser bei Standbild gut die neptune ist bestimmt in einem nebel drinnen oder war enthält er auf wenn die Oh mein Gott... Wirklich... Komm schon leider nach von der Schaffin... Ja, das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Nein. Hallo? Hallo. Die lassen sich so übel auseinander nehmen. Das könnte bestimmt nicht sein. Das kann mit denen hier. Die lassen sich so cringe halten. Moment mal, ich bin nicht bei A. Hä? Warum heute? Oh, 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 oh. So viele Schuss. Fenton muss. Kann ich sehen. Ach. Oh, das ist ja geil. Ich hab die Rischar J-Tay nicht mehr. Ich hab die Rischar J-Tay nicht mehr. Obt, das ist nur mein Rechnung neuer. Ach komm, wir öffnen uns 1000 A. B. Was ist das? Wir können so nicht. Ich könnte hier nur noch... Was sind die denn hier für Leute? Die fahren alle bei B hinten und dann U-Görfer hinten. Dann drehe ich wieder um. Die können nicht. Nein. Also, wenn SIT schon so aggro ist, kannst ja was werden. Was? Wenn du schon so aggro bist, dann kannst ja was werden. Ey, das ist nicht normal. Ich bin alleine im Cap drinnen, ne? Ich werde von geschossen. Unser Team fällt am Kartenrand. Aber komplett am Kartenrand. Aber hast du das gesehen mit der Mars, wie knapp das war? Mhm. Die hab ich ja fast weggerannt. Und... Oh, der hat die Duplon-Karne-Tarnung gekauft, ne? Das macht ihn einfach nur noch wütend. Unsere reguläre Verbreitseite zu einer Gasconer und einer Bismarck. Sehr schlau. Aber wie viel sich diese Duplon-Tarnung gegönnt haben für die, oder? Mhm. Naja, mein Gott. Sie sieht ja auch geil aus, irgendwie, ne? Mhm. Und da siehst du auch wie von der Gasconer. Okay, ne? Alter, was machen wir unser Team hier? Ich bin im Hafen, ich guck mir das nicht mehr an. Ich bin auch im Hafen. Sub-Zero-Starter-PC neu. Mhm. Er ist wieder da.